Und hier kommt schon wieder der nächste Notfall. Wer weiß, was für ein Surprise das ist. Wer ist denn das? Ah, der Bahnmanager, der Service-Bahnmanager. Ja, hier werde Ihnen geholfen, glada.com.tv. Aber ich musste mich updaten. Ich meine, mein Handy updaten. Nein, ich musste es nicht. Das Handy hat sich upgedatet. Also, das Handy wollte Erholung. Guten Tag, wir hören garantiert. Und alles Gute für Ihren Notfall. Bei glada.com.tv wird Ihnen sicher geholfen. Und ich sage nicht wie ein Arzt. Nee, also, ich kann es verstehen, dass Sie VIP-Kontakte brauchen. Aber bei mir sind Sie falsch. Und Sie haben sich gut informiert. Sag ich, ja. Das macht man so, wenn man in Redaktionen oder zu kontaktet und zuarbeitet. Den Redaktionen, um richtig informiert zu sein. Damit ich immer eine Antwort mehr parat habe, als Frage kommt. Sie verstehen? Und dann ist man ein bisschen gut. Und deswegen, retten ohne Grenzen. Ich kann nur mit Wissen retten. Mit Unwissen nicht. Und daher habe ich mich ein bisschen besser informiert. Vielen Dank für die Botschafterin. Es hat vielleicht noch nicht sollen sein. Ich war der Meinung, Gutes von diesem Arzt ausgiebig in Erfahrung gebracht haben zu dürfen. Jedoch, wenn es um Rettung geht, sollte man nicht diskriminieren. Sollte man tun. Einfach tun. Oder schreien, so laut man kann, wie Bill Kaulitz. Tokio Hotel. Ja. Und? War das jetzt laut genug? Niemals diskriminieren. Niemals. Sie verstehen? Wegschauen und weghören ist Täter sein. Und hier lädt und lädt und lädt und lädt. Ein Hotel von einem Servicebahnmitarbeiter, Bahnbeamtin. Und ich nehme mir diese Zeit, weil er mir wichtig ist. Weil er auch den anderen hilft, die Wichtigkeiten haben. Aber nur, wenn er darf. Und unter 10 Sekunden, das sind schon mehr als 10 Sekunden. Das sind mehr. Schauen Sie. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Sehen Sie? Und ich spreche und spreche und spreche. Ich mache Sie wach. Da draußen. Alles braucht seine Zeit. Alles wird gut. Nina Ruge, die Gattin des Linde-Vorstandes. Der Linde-Gas AG. Guten Tag. Galakanto TV braucht Zeit. Bis bald, um das X zum Haken zu machen, zu lösen. Guten Tag. Gleich sind wir für Sie da. Ich bin der Linde-Vorstandes. Und Sie werden auf dem Weg, um das X zum Haken zu machen. Und Sie werden auf dem Weg, um das X zum Haken zu machen.